hallo hier ist martin von mannemanke ist das die dachsanalyse für nun freitag den 23.12.2022 haben den letzten handelstag bevor es ins lange wochenende reingeht denkt dran am montag sind sowohl die us als auch die europäischen und deutschen börsen geschlossen das heißt der erste handelstag in der nächsten woche ist dann erst der 27.12 und unser dax ist hier zum donnerstag gut weggetaucht wir hatten uns darauf vorbereitet und schon mal gesagt dass man hier oben ein bisschen aufpassen sollte wenn der in die 180 200 rein stößt vielleicht sogar 265 irgendwie in der zone und sich dann eintritt dass er wirklich gut was zurückgeschoben werden kann deutlich und muss sagen das hat er sogar fast noch übertroffen was ich jetzt für den donnerstag ein bisschen im sinn hatte und deutlich mehr nach unten gezeigt und sogar weniger nach oben gezeigt der war nicht mal an der 81 80 dran oder wo war das hoch gewesen der ist doch ein bisschen vorher sogar noch gedreht gewesen hoch ist hier 14 1 60 gewesen also in dem sinne deutlich schwächer hat zum abend hin aber noch mal gut aufgedreht bekommen das könnte nun einleiten dass er zum freitag vielleicht noch mal gut rein startet vielleicht noch mal versucht die 14.000 anzutippen und wenn er sich dann dort aber wieder runter dreht und abverkauft kann das sein dass es auch wie 2018 was ja auch ein sehr sehr schwaches bürsenjahr gewesen ist zum bis zum weihnachten dann echt noch richtig nach unten durchzieht ich erinnere mich da noch gut dran da war das dann so dass das ganze jahr schon echt bescheiden lief na und viele viele auf dicken verlusten in ihren aktien depots gesessen haben also auf richtig dicken depots wenn ich davon von unseren leuten hier jetzt höre was wo die stehen ich glaube da haben wir unsere akte team reingetötet haben sogar relativ gut erwischt alle das ist gar nicht so katastrophal habe ich schon schon von ein oder anderen aus dem bekannten kreis die nicht bei uns mit sind und nicht nach analysen gucken ganz 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 anderes daraus gehört wurde am depots halt richtig 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 beschissen diese aussehen aber darum soll es ja gar nicht gehen das soll der vergleicht 2018 gezogen werden und da ging es nicht bis weihnachten rum und dann kam da politisch irgendwie motiviert einfach eine kleine peitsche so nachdem und ihr könnt jetzt kaufen oder jetzt ist gut zu kaufen damals von trump noch wenn ich mich richten recht ins ende der hat er dann gesagt es ist ein wunderbarer tag um aktien zu kaufen und dann ging das wie die sau nach oben und auch wochen monate lang nicht mehr auf das tief zurück ja und da ging es auch bis weihnachten runter und dann erst nach den weihnachtsfeiertagen wieder nach oben und sowas könnte ich mir langsam ja eben auch ganz gut vorstellen insbesondere bei den us-indizes wird richtig vor wenn die am freitag sogar vielleicht ein neues jahr aus tief stellen aber das ist auch ein bisschen fast viel verlangt also mich würde nicht wundern wenn wir hochkommen in die 14.000 reinstechen und dann wieder abdrehen und dann noch mal probieren die unten 13 800 vielleicht sogar 13 700 anzulaufen und dann dort in die ins lange weihnachtswochenende reingehen na und dann hat er hier trotzdem noch mal die chance hoch zu drehen auch die 5 85 bleibt wichtig haben die letzten tage immer wieder drüber gesprochen aber so gesehen ist jetzt hier auch auf der ebene erst mal die erholung die die letzten tage stattgefunden hat deutlich 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 erwirkt worden das muss man wirklich ganz klar so sagen also auch die tageskerze die vorherige komplett umschlungen ja ist definitiv hier auf der ebene erst mal eine ansage ich sehe gerade die feile die ich hier drin hatte oder habe und die hatte ich gestern noch gesetzt nachdem das video schon eingesprochen war es mir eingefallen mensch hat gar keine feile gesetzt ich mache ja danach dann immer noch die geschrieben eine analyse die dann auch über sämtliche portale verteilt wird von den redaktionen und da habe ich die falle noch mal eingesetzt ich glaube im zwei stunden chart war das denn der es kann sein dass wir den gar nicht gemeinsam gesetzt hatten oder auch im tageschart nicht gemeinsam gesetzt haben also ihr seht sie jetzt noch mal aber ich könnte mir auch hier auf der ebene durchaus das noch vorstellen dass er hier unten rein geht und vom vom bewegungsmuster des donnerstags passt er da erst mal relativ gut ins bild also könnte durchaus über freitag bis dienstag dann vielleicht sogar eher ein bisschen schwächer noch notieren wäre schon vorsichtig weil so eine weihnachtsrelle wie die ganzen jahre die die haben ja ganz klar einfach nicht drin ist nicht drin selbst wenn der freitag hoch kommt war das keiner also da kann man sich hinstellen und sagen weihnachtsrelle die fängt meistens vom 15.12 an das war hier und da ging es ja nur nach unten also hat ein neues tiefs gerissen ausgebrochen also da braucht man das wort weihnachtsrelle gar nicht mit in den mund nehmen und auch jahresendrelle die war weitaus vorher schon gelaufen im oktober bis november bis mitte november und seitdem deutlich 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 mehr aber bis zum spiegelbild des ganzen jahres da ging es auch immer mal kurzfristig hoch aber insgesamt wenn wir gucken wo wir januar angefangen haben ist das doch dolle 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 ernüchternd wobei sich unser dax hat auch wirklich gut gehalten hat also einer der wenigen indizes der hier ein bisschen sein 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 antlitz gewahrt hat gucken wir haben stand jetzt im dax gerade mal zwölf prozent kursverlust also das ist wirklich in der spitze waren dass 25 prozent und im plus im jahres plus hat sich der dax ganze drei tage befunden für 2,5 prozent das ist natürlich echt beschissen aber ebenso auch jetzt keine katastrophe da sehen andere indizes und gerade 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 auch im tech bereich alles was so ein bisschen spekulativer war das sieht deutlich 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 angeschlagener aus also da hat sich unser dax wirklich gut gehalten aber jahres auspicksanalyse machen wir erst nach den weihnachtsfeiertagen da würde ich jetzt hier noch gar nicht drauf vorgehen aber jahres kerze demzufolge auch rot das ist auch nicht mehr vermeidbar nein die kriegt ja nicht mehr grün das schafft er nicht 2000 2000 punkte jetzt in zwei wochen zu steigen das kriegt er nicht hin dafür ist der dax dann doch etwas zu träge ja von daher nehmen wir das so mit bringt uns natürlich für nächstes jahr definitiv noch mal ein bisschen unruhe dann rein jetzt machen wir erst mal die letzten tage noch fertig dann gucken wir die jahres auspicksanalyse und ich würde für den freitag jetzt einmal ein bisschen vorsichtig sein wenn er unter 14.000 wieder weg dreht nach unten weg dreht rechne ich mit weiteren tiefs und ansonsten sind mal von 14.000 wieder 14 50 14 100 drin und dann hier oben 14 270 das wären so die stationen wenn er positiv überraschen will noch am freitag aber so wie das am donnerstag lief rechnen ich fast eher mit einer überraschung auf der unterseite gut ich mache hierzu wünsche euch viel erfolg gutes gelingen und dann hören wir uns quasi am montag wieder für das video zum dienstag webinar machen wir nächste woche erst dann ja wahrscheinlich dienstag mittwoch in dem der drehrung kommt aber von uns noch mal bescheid wir schicken für die leute die von uns e-mails noch mal bekommen jetzt am freitag also morgen heute je nachdem wann ihr das video schaut noch mal was rum kleines kurzes video am nachmittag nur für dax und lastag und ja allen anderen wünsche ich schöne weihnachten ruhige entspannte tage und ja ist nicht so viel trinkt nicht so viel dafür zeit in den nächsten tagen dann hier weiter zu machen ich wünsche euch was und bis die tage